hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge von let's play minecraft enemy hi ich bin auch da und ich freue mich dass ich da bin ich bin der black und ich mute mich direkt so ja wie gesagt ich habe in der letzten folge mein jetpack vollgeladen das ist toll jetzt gehen wir mal ganz kurz hoch machen das jetpack aber erstmal aus denn wir hatten ja in der letzten folge angefangen ein bisschen was zu um zu quartieren und so was in der art und das werden wir auch weiterhin machen aber bevor wir das weiterhin machen gehen wir noch mal runter und werden die query noch mal oder die turtle noch mal laufen lassen die müsste ja quasi jetzt die letzten reste noch vor sich haben und dann dürfte es soweit sein 1 2 3 4 5 ok soweit so gut das kann weg das kann weg das kann weg brauchen wir alles nicht ja pennen geht gerade nicht ich tue mal das ganze zeug hier auch erstmal hier rein einfach mal just vor fun muss ich dann bei gelegenheit ordentlich einsortieren die spitzhacke brauchen wir ja die brauchen wir die mi kabel ja eigentlich müsste sich das ganze zeug ins mi system hauen machen wir auch kommen weil sonst wird es doof wenn ich das hier alles einsortiere darum gehen wir unten ins mi system und machen das da arschgeleckt einmal runter haben wir ja jetzt hier also einsortieren alles hier das brauchen wir nicht dass das 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 rapier das nehmen wir schon mit kann ja eigentlich so hier nur für den fall dass wir gegen bühne kämpfen müssen das kann noch raus die portugal nehmen wir natürlich auch mit die politik das kann raus das lassen wir mal im inventar das quaz kann noch aus dem pfeil lassen auch mit okay dann würde ich mal meinen werden wir jetzt diese dinge aufmachen ja so und hab und hab und hab und hab und hab und hab und füsseln 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 ja ist ein bisschen arbeit und dann werden wir gleich wieder uns auf den weg machen den nächsten query punkt setzen denn dann können wir die nächste query sozusagen aktiv schalten bald bald heißt ich brauchte erst noch ein test habe ich auch schon aber ich brauchte halt erst noch eine sortierung das heißt die wird nicht direkt aktiviert aber da wird nicht mehr viel fehlen ansonsten fackeln so hier fackeln da haben wir noch 24 das macht 64 das ist okay so damit gehen wir mal hinter und zwar hier runter und zwar wo wollte ich hinter mit ganz nach unten genau das den machen wir mal angehen jetzt in die ecke ecke war richtig doch so und hütter für die ja sehr schön du bekommst nämlich jetzt erstmal neue fackeln da fackeln wir gar nicht lange und hier das zeug dann kannst du nämlich die letzte ebene oder die zweite ebene von oder die erste ebene von heute schon mal fertig machen ich will noch eine zweite bauen ich brauche noch eine zweite ich habe da noch was vorfall mit so du ist oben beschäftigt das ist auch okay weißt du was ich gehe gleich mal hier hin so mach mal kurz noch mal aus so 229 ich weiß nicht mehr welche ecke das war ich glaube die hier hinten oder die überhaupt hin ist okay also 229 müsste die da hinten sein das was kann man das ich würde mich auch an machen wir fliegen ja eh elendig weit so 228 ne 228 so 229 okay hier sind wir richtig 229 und dann hier in die richtung müssten eigentlich auch richtig sein ich will nur noch mal gucken sicherheitshalber nicht dass ich irgendwann verkehrt mache da unten kommt schon die query das sieht gut aus da bin ich zufrieden ja okay alles gut wir sind hier richtig mehr wollte ich doch gar nicht wir machen wir hier da hierzu so nur das halte du nicht sieht wo wir sind und ähm 229 und so hier sind wir okay äh 321 ist das auch das was ich aufgeschrieben habe ja tatsächlich gut dann in die richtung jetzt 321 und los äh jetzt habe ich schon den plan ein bisschen verrutscht andere richtung ja das war mir mit soweit ich schwank hier ein bisschen das letzte mal bin ich effizienter gerade ausgeflogen ja jetzt klappt es doch so 321 geradeaus ohne scheiß das wird doch scheinen ich freue mir wenn ich diese query erst mal gestartet habe dann habe ich erst mal ewig keine probleme ähm wenn weil die läuft erst mal 3000 jahre die braucht ein bisschen mehr strom als die andere äh die wir zusätzlich übrigens noch aktivieren werden ähm die ja immer noch aktiviert ist ähm die braucht ein bisschen mehr strom wie gesagt als die andere aber das ist ja wurst äh ansonsten ähm wenn wir irgendwo so einen staubbaum sozusagen sehen oder so ein ding ins baum dann können wir da auch mal nochmal anhalten einen zaubencraft baum sozusagen weil wegen äh wegen ist so so 320 in der andere richtung ja hier geradeaus fliegen äh 7 8 9 äh so da war mir aber zweit so 322 da hinten ist irgendwie wieder so ein ding ins ich weiß gar nicht also nur die sollte nicht das problem sein äh wenn wir doch mal welche brauchen aber ich brauche ehrlich gesagt keine mehr zumindest nicht in naher zukunft ja wir werden wieder das jetpack so halbwegs leer machen ähm ich meine dank portalgang die habe ich ja hoffentlich mit ja komme ich auf jeden fall äh wieder nach hause insofern alles gut äh so bei gelegenheit sollte ich mir auch mal irgendwann äh nur einfach so aus just for fun mal ein angel ring machen ist immer noch besser als äh so ein jetpack muss man natürlich sagen weil ich ja überall dauerhaft und ewig fliegen kann so lange ich will äh das wäre schon was aber dazu brauche ich erstmal natürlich die enter farben da unten äh die ist im prinzip das nächste was ansteht also äh keine ahnung oder keine sorge jungs da ist äh demnächst für einen nachschub gesorgt oder wird demnächst für einen nachschub gesorgt ne 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 übers meer eigentlich über ein kleines meer guck mal da hinten ist ein meteorit aha und du hat ewig gesucht und hat teilweise auch meine abgefarmt er hat da sogar einen kleinen sagen wir mal eigentlich regelverstoß begonnen äh begangen als er seine die meteoriten da für das me system gesucht hat äh indem er nämlich äh für das me system die meteoriten äh sich ähm naja ähm beziehungsweise alle alle dimlets da rausgenommen hat alle alle druckplatten die er eigentlich nicht rausnehmen dürfen denn das was er doppelt hatte ist laut regeln eigentlich drin zu lassen damit der andere eben wenn doch mal einer ähm oder der der als zweiter sucht es ein bisschen leichter hat habe ich das so eingeführt ich war zwar der der als erstes gesucht hat äh aber du hättest theoretisch das drinnen lassen sollen ich meine dadurch dass ich das schon alles habe habe ich gesagt pfff arschgeleckt ist okay lass halt mach halt mir doch scheißegal ähm ich äh ahnte diesen fehler nicht ähm weil wie gesagt er hat dann gesagt ja ich weiß war ein fehler ich hab mir hinterher die regeln nochmal durchgelesen war aber ja im prinzip ist es ja das erste mal dass er mit ME ja mit dem ME system mit applies energy sticks richtig arbeitet er hatte zwar in äh resurrection am ende 1 aber das habe ich ihm ja gebaut und ähm naja da deswegen ja ist es halt so wie es ist so wir würzeln hier durch die gegend wieder ein riesen Meer aber was will man mehr also mehr nicht mhm 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 und wieder ein Dorf schönes Dorf im Pilzbium ähm muss auch mal sein ich guck da jetzt nicht die Kisten durch weil ähm halte ich für unsinnig was wir machen könnten ach scheiß drauf komm 3 2 1 und weiter geht's so komm die die Schmiede abbauen wäre vielleicht eine Option gewesen weil dann könnten wir die versenkten Ziegel einfach unsere Schmiede ein bisschen nach oben bauen ähm wäre eine Option dann könnten wir da mehr reinhauen aber warum denn im Notfall mache ich mir selber welche so wie weit sind wir denn 2900 ich gehe mal wieder auf so 3000 4000 und dann äh müsste das auch reichen Jetpack sagt 33% ist also noch alles im grünem Bereich zumal wir ja mit einem Sprung zurück sind wuhuu njaum ganz schön viele Pilzbiome hier in der Gegend muss man sagen aber naja was muss das muss so das einzige was ich nicht machen darf ist quasi das falsche Portal setzen dann komme ich nämlich falsch raus ich muss das gelbe setzen da muss ich dran denken äh sonst komme ich äh quasi äh bei dem anderen Punkt raus der ist nämlich noch da äh so Vorsicht meine Freunde Vorsicht äh okay hier fliegen wir wahrscheinlich noch drüber und dann muss das auch sein oh guck mal noch ein Meteorit schön das gute ist äh die Query dürfte ab und zu auch mal ein bisschen Meteoritengestein mitbekommen das heißt ich brauch da gar nicht mehr aktiv suchen gehen äh alles was der ähm was der da in der Query dann drin ist ist ja Wurst weil wie gesagt du und ich haben alle unsere ME Systeme haben unsere Druckplatten haben alles was wir brauchen und deswegen ist es auch relativ egal äh wo und wie viel und was äh wir so machen und überhaupt ihr wisst schon was ich meine das heißt wenn ich jetzt äh über die Query neues Zeug ist es natürlich kein Regelverstoß ähm nur wenn man halt manuell suchen geht weil man weiß ja nicht wo ein Meteorit ist und die Query nimmt halt alles mit so nur dass ihr es wisst 13% oh ich bin schon bei über 4000 ja weißt du was wir gehen mal hier runter irgendwie schon wieder ein Pilzbion wo ich mich einbuddel aber warum auch nicht äh dip dip was hatte ich gesagt 54 oder sowas ne guck nochmal auf die Karte 54 ok ist richtig dip apathit auch das habe ich hier wieder 56 55 54 dip jawoll die leuchtet äh damit ist quasi das Bioben fast schon äh bestätigt was wir brauchen ist das hier äh und äh das Portal und dann fliegen wir mal durch und hoffen ja wir sind da wo wir hinwollen wuhu puh wer doof ist nicht denn ich wäre niemals rechtzeitig zurückgekommen in der nächsten Folge hätte dann einen Straßpunkt oder sowas kassiert und das wäre blöd so Dü selbst ist scheinbar auch auf dem Weg ja offensichtlich naja ist egal äh sobald hier äh äh meine Query gesetzt ist ist alles okay äh wenn Dü ähm sag mal mal jetzt nicht rechtzeitig zurückkommt hat er natürlich das Problem dann wird wirklich mal ein Strafpunkt verteilt auch wenn wir die Regeln äh nicht so äh sagen wir mal ähm direkt ähm ja wir folgen sozusagen so hop 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 äh ne den noch nicht hinsetzen erstmal hier äh machen wir hier hier äh machen da den äh Dingens hin weil das muss glaube ich zuerst gesetzt werden das ist noch auf meinem Ebene äh okay dann können wir hier das Ding hinsetzen und ähm Successful Established sehr gut äh als nächstes bauen wir hier ab Bom bauen hier ab äh ich mach mal Sicherheitshalber mit der hier ähm ich hab immer Angst dass das Ding kaputt geht teuer genug war es ja so bauen hier ab setzen das hier hin äh und können äh im Prinzip hier schon mal äh erstmal nur Besitzer äh und Query könnten wir eingeben wir gehen aber hier erstmal äh so Energie Modus blockiert Flüssigkeiten Modus äh blockiert Item Modus nur senden so und dann können wir hier Query schon mal einstellen dann ist das Ding so eingestellt die Query ähm hat ihren Boundary also ich spreche ihren Arbeitsbereich äh und äh ja ich bin zufrieden ähm was wir machen müssen ist jetzt natürlich unten einstellen äh dass das erstmal hier unten äh alles dahin läuft wo es hin laufen soll wir haben hier äh können wir ja mal kurz gucken äh jede Menge also hier oben das obere Zeugs ist alles Ender Zeugs das heißt hier unten werde ich wohl Filterrohre hinbauen müssen äh die dann äh in die andere Richtung filtern klicken wir aber hin so das heißt eins zwei so Filterrohre äh Filterrohre sehe ich das hier irgendwo ja machen wir mal so hier da haben wir leider keine normalen Rohre mehr äh da haben wir leider keine normalen Dingens mehr da haben wir aber wieder welche so äh hab hallo so jetzt aber und jetzt auch hier fünf Filterrohre das müsste eigentlich locker ausreichen Papierkörb können wir noch machen oder Mülleimer oder Mülleimer heißt das glaube ich ne Müll ja genau Mülleimer Mülltonne dann machen wir noch eins zwei drei mal vier ich weiß jetzt gar nicht wie viel ich da brauche ich will nicht unnötig Filterrohre setzen ne so dann gehen wir mal runter hier hin und setzen einerseits hier das dann weg plop plop äh setzen da ein Filterrohrrein ein Filterrohr ein Filterrohr okay Filterrohr setzt äh dann könnte ich eigentlich hier oben mit normalen Rohr verbinden da brauche ich Transferrohr habe ich sogar eins mit äh dann ach ja natürlich habe ich eins mit wo es auch herkommt so äh das so äh und ähm das andere auf der anderen Seite und hier links und rechts setze ich halt ein Ding ins Rand ja wenn ich jetzt hier so mache äh wird's doof das heißt hier muss ich äh auch einen äh ne das muss ich nicht da kann ich keinen ran setzen das meiste ist so hier und äh so hier und spare ich aber wiederum die hier weil ich ja von oben dann wenigstens die hier äh gefiltert kriege das ist okay äh das heißt wir können hier erst einmal ähm jede Menge Filter verteilen bis auf Rot halt bis auf Rot dasselbe wie oben äh dazu haben wir Granit und Bruchstein nehmen wir mal äh und zwar wie mache ich das am dümmsten kann auch hier oben noch äh ähm im Prinzip ne das kann ich nicht ich kann aber hier einen Filter hinsetzen dann kann ich nämlich hier nach unten noch filtern was ich äh hier unten reinhabe und da wenn ich jetzt hier unten sage nach unten schwarz Granit dann ist ja egal dann kommt hier auch nichts durch äh okay dasselbe kann ich auch auf der anderen Seite nö nicht auf der Seite wobei da könnte ich das theoretisch auch machen aha ich mache aber erstmal hier auf die Seite so weil da verbindet sich das das heißt ich muss hier hinten erst einmal ähm bei Rot eine Pickaxe reinhauen und wie bleibt denn die da drin Sauerei da tun wir einen Fisch rein so bei Rot geht ein Fisch rein damit da nichts runterkommt ähm äh oder damit äh nichts da reinkommt kann natürlich sein dass ne 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 hier müssen wir sowieso was ändern guckt euch das mal an hier das wird ja alles hier in den Dingens reingefuhlt das darf eigentlich auch nicht sein wada 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 dann einmal so hier da habe ich wahrscheinlich schon einiges an Material verloren äh einfach nur weil ich ein Trottel bin so hier so äh und dann hier äh äh wieder den hier ran so nicht da da äh und hier in blau da tun wir auch einen Fisch so kommen nur Fische rein so okay dann geht wahrscheinlich äh auch da ein bisschen mehr äh wieder äh hin okay das ganze kann ich eigentlich hier unten auch fast noch machen aber dann muss ich das ganz unten auch machen ähm wir können ja erstmal anfangen wir haben oben Granit ne Granit geht da in die äh genau ähm hier in die ähm ja das kann ich auch so lassen ja das kann ich auch so lassen und dann könnte ich auf die Seite vielleicht noch so ein Ding bauen das wäre eine Idee oder ich mach das hier mach das hier ich baue das hier hin so äh dann kann ich in gelb noch was reinhauen aber nicht jetzt nicht jetzt und ich sollte vielleicht auch erstmal hier äh 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 die Query äh disablen so ich mach das erstmal aus weil äh das ganze Zeug was hier jetzt hier ankommt das wird ja teilweise äh instant weggeschnimmelt und das will ich ja auch nicht so wir sollten alles was wir jetzt machen auch befüllen können das heißt wiederum ich benötige ähm Hochstein, Neterstein haben wir Keys Keys haben wir auch jede Menge das brauche ich jetzt keinen mehr äh ich benötige ähm Marmor ähm dann benötige ich Erde wahrscheinlich nicht Obsidian wahrscheinlich auch nicht ähm weil Erde wie gesagt der ersetzt ja alles mit Erde da brauche ich keine neue Erde ähm Salz Salz könnte man noch machen äh Marmor haben wir Marmor haben wir Sand was haben wir denn hier hinten alles drin so hier ist natürlich nur Stein hier haben wir den und hier unten äh hellgrüner Stein genau Anderit und Diorit das heißt äh Kies und Marmor noch ähm das Zeug hauen wir alles erstmal weg und wenn es geht noch das Apathit so das Anderit haben wir das Bruchstein haben wir auch hier oben haben wir noch ein bisschen was ich werde da später dann den Bruchstein mal umbauen äh ne Bruchstein haben wir glaube ich noch nicht eingestellt ne äh gucken wir mal wenn ich jetzt hier oben äh reingehe so 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 nicht so so dann gehen wir dann mal hier das Ding weg hier also ich habe jetzt momentan äh ähm doch ich habe jetzt den Übersicht verloren also hier geht Wasser äh was rein das kann nur in die Bruchsteinebene hier soll das rein hier soll das rein genau das hatte ich ja nicht mehr gemacht das heißt hier können wir äh sagen zum Beispiel grün Bruchstein und gelb ähm Marmor halt so grün Bruchstein gelb Marmor das geht dann da alles rein okay jetzt haben wir hier äh ähm ist alles verteilt bis auf unten ja das war ja dasselbe okay das heißt wir haben hier unten noch äh zur Verfügung äh ähm einerseits äh blau äh also Bruchstein haben wir was haben wir ich habe es schon wieder vergessen Marmor Granit Bedingungs das habe ich auch alles weggenommen ja natürlich äh das wiederum bedeutet hier unten haben wir ähm einerseits grün und gelb ne grün und gelb okay grün und gelb macht einerseits grün Kies Diorit hier so Arschgeleckt und hier unten machen wir noch ein paar hin äh die einfach äh nach oben führen so so hier genau so und so und das hier weg und so und dann können wir in grün und gelb noch einmal hier andere Lied und hellgrünen Stein hauen dann müsste theoretisch jetzt tausendes äh durchkommen hier ob hier oben äh dass die 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 Upgrades reichen weiß ich jetzt nicht das werden wir gleich sehen ich mach mal hier Quarry wieder ein hop so damit läuft äh das Teil denke ich wieder jawohl der flitzt wieder wie ein Wilder äh saugt das Zeug her und äh wir gehen hier hin und wir gehen hier hin und äh hoffen dass da auch immer genug ankommt und jetzt gehen wir äh noch einmal da hin und wenn nicht naja wie gesagt wir haben eh genug Ressourcen das ist jetzt nicht so wild äh so und jetzt hier Energiemodus nur empfangen so okay damit dürfte die hier jetzt auch laufen ja und so läuft und so läuft und so läuft und äh mein ähm ja Energiefohrer dürfte jetzt äh auch laufen zwar nach unten 34 33 32 33 31 ja das geht jetzt tiefer und äh ganz geht gar nicht mal so schnell nach unten und vor allem guckt euch das mal an RF Produktion plus 500 ja also RF Produktion äh das Ding ist Dauer an und trotzdem kommt da nicht genug an das heißt wir werden da früher oder später noch mal was ändern müssen ich werde wahrscheinlich den da oben noch mal ausschalten müssen das Teil braucht halt ordentlich Energie ähm aber daran äh arbeiten wir auch in nächster Zeit also keine Sorge das wird schon hier minus minus 1000 minus 1000 minus 1000 das zieht hier raus wie nix Gutes und ähm im Prinzip der hat ähm noch mehr Energie zur Verfügung oder äh verbraucht mehr Energie als er erzeugt das heißt das nächste was wir machen müssen ja upgraden no äh das wird wahrscheinlich auch das sein was wir in der nächsten Folge dann gleich mal tun werden ähm ja genau für diese Folge reicht es ja aber auch ähm oder was meinst du Dü Dü ja gibst du dich noch ja dann reicht das für diese Folge wir sehen uns in der nächsten Folge wieder danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bis denne tschö tschö bis zum nächsten Mal Vielen Dank.